Oh jetzt hat er mich, jetzt hat er mich die Sau. Gib mir Leben, gib mir Leben. Jetzt hab ich ihn. Yes! Legende! Bitte klippen, push in, push! Ernest Steltes war der beste Tipp. Das war richtig geil. Und mit dem KI Super Wirkstoff. Ey, Brotai, Brotai, Brotai! Was geht ab? Wir drehen gepflegt ab und dann legen wir ab. Unser Ocean Cruiser ist nix für Loser. Stechen in die sieben Meere, haben krass die Ehre. Ey! Ja, du denkst du loko? Komm schon! Gar nichts gemacht. Oh shit, Kops. Auf beiden sechs Decks geht die fette Party. Sexuelle als Agnesen, Wärmung oder Bacali. Fressen Eis wie die Blöden. Werden nicht dicker, sind die Eis-Steelen-Licker. Die Meeres-Pick-Nicker. Trooper, der Don, zieht den Hip-Hop-Trigger. Tomic, my man, Martin, Bastrum, Bigger, Captain Sensible. Im Studio dabei, wir sind Erkan und Stefan, die krassen zwei. Yo! Ja, mit Franklins Fahrtalent ist das ja natürlich... Oooooohhhh! Da rein? Ne, das kann doch nicht sein, oder? Wieso bin ich... Ich bin so und-depp, ey! Blödheit 2000! Ba 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 ba, Éviee lastly treated... Éviee prueb jetнее. ¶ Da da da, da da, da da... Eh? Oof, eh? Te elevonisch das an. Espanja, du 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 du... إ... Espanja, woah, woah, woah! Oh, das ist im Kopf. Ah, direkt vor dem Police Quarter. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das war mal richtig dämlich. Hier ist die wunderschöne, moderne Segeljacht von Blue Bricks. Moderne Segeljacht. 1.800 Teile ungefähr. Mega geiles Projekt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Schau dir an, wie schön die ist. Mit Kiel. Schöne Details. Auch da unten zum Beispiel. Hier sieht man dann da so Seekreuz und Haken und so. Wunderbar. Echt geil. Man kann auch ein paar Sachen abheben. Wirklich cool. Der Hammer. Das Ding ist wirklich schön geworden. Ist auch ein fairer Preis. Ein super geiles Gerät. Danke an Blue Bricks dafür. Tolle Bautechnik. Macht mega Spaß. Ist auch nicht schwer zu bauen. Klemmen. Echt, 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 echt. Nices Ding. Diese Erstellung, die sitzt ja mal richtig gut. Ah, jetzt hat mich ein Sniper gekillt. Weil er gesagt hat, der Typ, der liegt da richtig gut. Hast du das gesehen? Ich stand da gerade Chris LaFang. Shit, da sind sie schon wieder gekommen, die Spreide. Hä? Ohne Vorwarnung. Bitte nicht klippen. Chris, da liegt der Chris LaFang. Sorry, Bro. Wie ich einfach einen Mod umgefahren habe. Boah, ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich so ein schlechtes Cut mit Chris LaFang umgefahren. I'm so sorry. Einfach einen Mod weniger. Ausgefangt. Oh, ich schweine. Oh Gott, Alter. Oh, Junge. Mit dem halben Body zurück. Jetzt gehen wir auch nach links mit dem Kopf nach vorne. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Hübsch. Sack. Weil andere vorher gemacht haben, killt er mich einfach. Bester Trupp, Erkan Graz. Schaut, da steht er. Erkan Graz, mein Name. Bitte klippen. Yo. Auf das alte Ego vom Stefan anstoßen und Happy Birthday singen. Okay? Jeder für sich zu Hause. Wir senden ihm mal ein bisschen Energie. Happy Birthday to Stefan, oder? Happy Birthday to you. Groß Geburtstag an dich. Groß Geburtstag, lieber alter Ego vom Stefan. Groß Geburtstag an dich. Okay, schauen wir mal. Headnutt, 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 Headnutt. Headnutt. Zeit wird's. Was ist das hier? Aber Erkanstechnik hier so ein bisschen, so ein bisschen. Naja. Fester Schraub. Eigentlich mach ich's nicht kaputt. Wenn er zurückkommt, krieg ich voll Ärger. Um das Leben wirklich zu genießen, du solltest ein Ventil finden. Ein Ventil? Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Love it. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Ach, come on, Chubb. Oh, fuck. Aber schauen wir, wie ich in der Luft hänge. Wenn ich jetzt lebe, komme ich wieder zurück. Hast du das gesehen? Digga. Hast du das gesehen, wie ich aus der Rückenlage, stabile Rückenlage, mich wieder befreit habe? Wehe, du rettest mich. Ich will sterben, ich will sterben. Ich will sterben. Ich will sterben. Ich will sterben! Fuck. Die Kampf-Szenen, die Sturz-Szenen sind einfach richtig geil. Ah, von der Seite. Shit. Ich wusste, dass der da drin ist. Er kann. Das klappt mit der Bahn. Das ist eh nicht. Danke, Chris LaFunk. Next überfahren incoming. Weißt du schon, oder? Ich bereue es null, dass ich dich da zwischen den zwei Flughangas überfahren habe. Verdienst hast du es. Verdienst hast du es.